schönen guten tag da ist er wieder und grüße den rest von den gammlern die mit hanteln zu tun fahr heute mal ins fit one mit stefan und den laden mal gucken und wenn es nach mir geht morgen machen wir ein reich training und ich lasse mich mal überraschen was da so abgeht stefan ist motiviert ich sowieso immer weil der scheiß macht mir momentan echt viel spaß vielleicht drehe ich dann noch was für euch und zeigt dann wie das da gelaufen ist oder so mal kicken ob keiner kickt ganz neu in gesicht kennt keiner ja ja hallo steve ist ohne maß nicht ohne maß und sie maß steve ist im fit one ich habe eingangs schon im auto gesagt dass ich heute mit stefan da was mache das ist das falsche schild studioinhaber von 0 auf 100 das ist ja so ein euro jackpot hier vor mir gerade steve haben wir hier getroffen freuen wir uns sehr war rein zufällig aber stefan ist klar stefan der gambler mit deinem freund christian christian ist ja selber ein ganz schönes wildschwein da werden wir auch mal irgendwie versuchen menschen draus zu machen sehr schön auf jeden fall und der schöne kalle selbstredend ne oberhaupt vom bildschwein der obelix von dem bildschwein sie hat sich ein bisschen rar gemacht ich habe so munkeln gehört der hat keinen bock mehr so auf so eine gambler wie uns hier naja das ist jetzt was besseres fein gesellschaft hier im fit one und will so mit assi so eine schmerz zu tun haben so geschnittener barf flusch rasiert nur noch vom feinsten redet auch ganz vernünftig also ich habe ein bisschen angst um den jungen ich habe nicht ohne sandalen die schuhe habe ich sogar gewaschen waschen waschen irgendwie macht mir der junge ein bisschen angst ja alles ich muss gut aussehen er riecht sogar gut wir waschen ich rieche gut alles passt wir machen jetzt arme ich führe euch an ich zeige euch welche geräte kannst du uns kurz erklären ja das ist ein kurzer guck mal hier sind 60er das sind 60er kurz handeln da wo 60 draufsteht ist auch 60 drin ja das ist 58 kilo hier die da ja das ist 58 kurz handeln also genau da wo du jetzt die hand dran hält gerade ja das ist 58er dann geht das mehr zurück weiter 56 bis nachher 1 kilo bis sie dann in meinem alter sind die handeln so ungefähr bis man an dein Trainingslicht kommt ja naja gut ich hab sie schön grün hast du die Farben ausgedruckt hier? ja nicht ganz grün ist mehr grünes Licht da haben die deine Meinung nicht berücksichtigt haben die eine Mackige oder was Alter ja 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 ich hab' mal Ahnung was wir alle wollen also trainieren wollen die definitiv nicht was wollt ihr anfangen jetzt? mit Muskeln wir fangen heute drei Sätze Muskeln ja da du jetzt die Berechtigung hast uns zu korrigieren offiziell würde ich auch dann darum bitten dass du mal ein Auge auf uns wirfst alles klar ja dann beginnen wir die Turnstunde mit dem kräftigen Sport frei würde ich sagen alles klar Kalle liegt vor Kalle liegt vor Kalle liegt vor 200 Rattchen das geht aber baden wollen haben wir jetzt an den Hohen links noch gewonnen bitte recht Das ist die 6. Die Schuhe sind ja. Oh. Kommt das auch. Musik Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020